Hey Leute, ihr wart ja zu schön, dass ich was zu neuen Corona-Regeln sage, tue ich aber nicht, denn solange das Bier kalt, die Drogen billig und die Sexmittel zu sich laut ist, halten sich meine Probleme in Grenzen und ich bin geimpft. Also, naja man, Gott, buddy, kalt, 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 soll ich jetzt gleich aufmachen.